Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Sophie und das Gabriel Das ist doch ihr Mann, der in Indien lehrt, oder? Und mein Liebster ist am anderen Ende der Welt Flieg doch einfach zu ihm hin Es ist kompliziert Kompliziert ist es nicht, du hast ein Flugticket Stell dir vor, Gabi ist verliebt Sie hat einen Freund, mit Küssen und so Meinst du, sie haben sich angefasst? Gabriel, hast du Martins Penis berührt? Oh nein, 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 seinen Penis hab ich nicht berührt Keine Berührung Okay Sie will ihre Selbstständigkeit beweisen Ich will auch in einer eigenen Wohnung leben, so wie du Über mein Leben entscheiden, wie du Einfach normal sein, wie du Eine eigene Wohnung, das ist nicht realistisch Bei Laurent ist sie gut aufgehoben Ja, das fordert dich nicht zu sehr Ich bitte? Gabriel, Martins Manu, sag's nicht meiner Mama, okay? Ich muss die Verantwortlichen unterrichten Martins ist jederzeit im Wohnheim willkommen Das geht mir etwas zu schnell Dann war's vielleicht an der Zeit Du vermengst da etwas Du weißt, dass es für Menschen wie sie nicht dasselbe ist Wenn ich singe, ist es für uns zu verstehen Wenn ich singe, ist es für mich zu defend Willst du mein Freund sein, Martins? Ja Ich auch Bravo!